ARD Text im Auftrag von Funk 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 Stimmt. So. Okay, das war schon mal einfach. Soll ich vielleicht mal nach hier oben gehen? Was ist mit diesen Potracer-Vögeln hier? Die greifen mich an. Aber sind die stark? Nö. Bist du stark? Hast du Brot? Level 5? Level 10? So, Level 1er wäre super. Level 8? Fein. Level 3. Aber ihr habt gerade alle so ein Mate-Gamer. Kack. Das Nashorn ist ziemlich schnell, oder? Geht. Cool, Level 2. Du dürftest da auch schnell tot sein. Mal gucken mit den FPS. Das ist ja echt nicht so schön. Liegt aber nicht am Server. Nee, aber 25 ist schon Grenze, ey. Ich spiele auf Low und Mittel. Ups. Low und Mittel und tot. Aber die Hitbox ist halt auch nicht so geil gerade. Nö. Musste ich glaube auch wieder mal feststellen. Hey, es hat fürs Level abgereicht. Jetzt kann ich die Missescape. Guck da mal. Ich komme hier gar nicht nachher, ey. Okay, das lohnt sich nicht. Ich hasse so Viecher, die wegrennen. Lieber Elefanten kloppen. Da hinten ist es... Oh, hier sind ein paar. Tame mal lieber ein. Tame mal lieber ein. Tame mal lieber ein. Das reicht nicht. Dafür brauche ich erstmal Level. Elf. So. Huah. In die Wade. Ahu. Oh, jetzt habe ich gleich zwei angelockt. Und einer ist 22. Oha. Der ist elf. Der braucht auch schon so viele Pfeile. Und der ist ein bisschen schneller, würde ich fast behaupten. Dreh um. Au. Was ist jetzt davon? Ah, sein Papa kommt. Okay, okay, okay. Wir können über alles reden. Oh, oh. Das war knapp. Das leckt echt... Also, das leckt nicht, aber ich habe richtig wenig FPS. So, mal wieder zurück hier, damit ihr nebeneinander liegt. So, genau daneben. Huah. So. Boah, die ganze Pfeile, ey. Der Kopf ist eigentlich auch ganz gut. Kriegst alle wieder. Du, du, du. Okay, nicht alle. Ah, doch. Noch irgendwo einen? Ne. So. Das gibt guten Leder. Leder. Alles klar, Dodo. Schlaf schön. Ich muss gleich mal gucken, was man runterstellen kann, ohne dass die Grafik drunter leidet. Oh, da war ich schon mal wieder. Oh, da war ich schon mal wieder. Eigentlich sind Elefanten das Einzige, was man hier so gut. Aber guck mal, ich habe jetzt zwei High-Level-Elefanten getötet hat, hab ein Level ab. Stamina, bitte. Oh, da war ich noch mal wieder. Oh, da war aber gerade ein Leck. Und auch mal wieder. Also hier brüten, oder? Also hier... Ja doch, brüten halt. Wie bei Ark halt die Babys machen, oder? Ja, das schon. 4 Skill-Points. Krass, also wieder ein Level. Okay. Wie sieht's aus mit dem Haus? Könnte ich das jetzt weiter bauen? Mhm. Okay. Noch 4 Stelle, wenn wir das müssen. Die wird gerade gebaut. Juhu. Ich hab mich gerade verlaufen. Hier gehen aber die FPS jetzt auch in den Keller. Was ist da los? Das ist schon ein bisschen gemein. So, du machst jetzt noch eine Smithy und dann können wir quasi Metall-Dingsbums haben. Äh, machen. Aber ich würd vielleicht noch eine Foundation-Reihe machen, oder? 4 ist so schmal. Ja, da werden wir noch einiges brauchen. Wo soll ich die Smithy hinstellen? Was macht ihr was aus? So. Okay. Ich hab das schon mal gelernt, Leute. Und ich brauche jetzt... Die Frage ist, machen wir jetzt... Mach ich jetzt mal noch eine Ceiling-Reihe, oder? Smithy steht. Ceiling sag ich schon. Foundation. Wo sind die Foundation? Muss ich das auch suchen? Da oben. Hä, heißt das hier gar nicht Foundation? Doch, das heißt doch Foundation. Ähm... Ne, Flur. Flur heißt's. Flur heißt's. Flur sind die Foundation. Flur ist der Fall oder wo, mein Voren weiß das in der Mitte ist. Was wird denn? So, wieviel Reihen haben wir? Ich kann nur vier Stück machen? What? Wie viel teuer haben wir? Alter, was ist da so teuer? Was brauch ich denn? Aber die Zetsch-Fondamente kosten mitunter fast das gleiche. Dann mach ich hier mal ein paar, kriegt man ja auch gut XP, oder? Durchs Craften? Nicht wirklich. Okay, stimmt. Scheiße. Craften und bauen ist auch nicht das undankbarste. Was LP angeht. Wie viel brauch ich denn? Guck mal in die Smithy. Das ist für jeden eine Axt, eine Spitzhacke und eine Sichel drin. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht hast du gemacht. Brauchen wir noch mehr Metall? Das heißt, wir brauchen noch eins, zwei, drei, vier, so. Ich hab noch einige. Du brauchst ganz schöne Ressourcen, ey. Wenn ich jetzt vorstelle auf mal eins, das ist dann schon... Ich hab gestern eine Stunde gebraucht für eine 2x2 Base. Mit Dach und ein Ohr dran. Auf normaler Einstellung war ganz toll. Soll ich, nach welcher Richtung baue ich denn weiter? Berg hoch? Ich hab da hinten. Du brauchst nicht mehr Platz genug. Nien? Kannst du da mal ran... Pappen? Ähh, geh im First-Person. Ah, nö. Warum nicht? Was steht denn hier? Pick-up. Liegt das daran? Oder liegt das einfach daran, dass das hier schräg ist? Bleh. Okay, also wir können nicht weiter berghochbauen. Nääää. Hat sich die Frage gerade erledigt? Ich brauche mal ein bisschen Licht hier. Wo ist meine Fackel? Fackel. Zack. Okay, das ist natürlich ein bisschen scheiße jetzt. Müssen wir Richtung Strand bauen. Strand oder Richtung Fahne geht's auch. Ne, Fahne geht nicht. Bei dem Stein da. Leider. Dann Richtung Strand. So. Hab ich genug? Eine fehlt. Verdammt. Guck mal gleich mal. Kann ich noch eine? Warte, kann man vier drücken? Ne, was fehlt? Fetch. Immer dieses gemeine Fetch. Guck mal, er hat die Ruhe weg. So, Schiff ist fertig. Ihr verlasst quasi wieder. Okay. Fetch. Zack. Haben wir die vier? Was haben sie denn gebaut? Ist es Loop oder wie? Den Bergstein traurig auch noch mal größer zu. Jetzt schon? Jetzt schon? Nein. Oh, die sind krank, die Jungs. Wiesen krank. Die falschen dich quasi gegenseitig durch die Gegend. Das wollte ich jetzt nicht so genau wissen. Ich finde, da ist nichts Verwerfliches daran, ein paar Sklaven zu haben. Ja, du, die Serverbegrenzung ist wohl schon noch da, gell? Noch. Okay, muss noch. Also ich stelle andere, für mehr Leute, PvP an, bitte. Da kann man extra so einfach machen, extra Cluster. Da können die Leute sich genau so wie sie wollen. Da werdet ihr mich finden. Ciao. Ah, schon wieder so. Ne, nur ein Slop haben sie gemacht. Scheiße, jetzt ist er wieder so langsam unterwegs. Ich komme. Bis ihr das Fleisch loswerden. Da passt doch die Musik gerade richtig, ey. Ach, soll ich mich zu dem Feuer? Die sind verfolge, ey. Da hau ich ein paar Holz rein. Ja, ich wollte dann auch gerade Holz reinpacken. Warte, ich kann nämlich sonst nicht laufen. Ich muss da Holz reinpacken. Pack Holz rein. Wie viel Holz hast du dabei? Nicht so viel, aber ich habe voll viel Fleisch dabei. Okay. So. So, hier haben wir schon wieder zwei Vergammelte. Oh, das ganze Leder müsste ich auch mal wegpacken. So, sieht doch gut aus. Achso, Leder kann ich eigentlich gleich in die Werkbank packen, oder? Jo. So, Sichel, das ist schon mal super. Ich muss da alles drin liegen. Sichel, Spitzhacke, Axt. Äh, ja, stimmt, das sieht ja jetzt anders aus. Du musst auch aufpassen, dass du nicht da das Falsche nimmst, wa? Also nicht das Falsche Craft ist, weil ich finde, die Spitzhacke sieht immer aus wie dieser Kletterhaken. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. So, haben wir das schon mal da drin? Das können wir mal schnell essen. Müssen Platz schaffen. Scheiß, Knochen braucht auch keiner. So. Krass, aber dann braucht echt viel, oder? Also echt viel. Scheiß, ich hätte die auch wieder... Nee, hä, die kannst du... Achso, nur für eine kurze Zeit, habt ihr ja gesagt. So. Ich würde tatsächlich vielleicht noch eine Reihe Foundations machen, oder? Manz sind da. Aber ja oder nee? Weiß nicht, ob das reicht. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Wie gesagt, da kommen noch genug große Sachen, ne? Okay, kommen wir mal. Schmelze, dann den Webstuhl, und, und, und. Also ich schmeiß alles nur noch in die Smith hier rein, gell? Schränke sind mir gerade geha... Dann machen wir mal nochmal hier, äh... Foundation, das waren die hier. Auf die fünf, wie ist... Fiber formt sich hier mit der Sähe nicht. Was fehlt da? Fiber? Hm. Ist im Schrank. Ah, jetzt. Wieviel habe ich jetzt eine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach. Nee, halt sieben brauche ich noch. Scheiße. So und vielleicht zwei anderen Inseln hast du hier genug, Fiber. Aber mit der Sicherheit dürfte es ja jetzt gehen, oder nicht? Vom Aufwand her. Jo. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Und dann... Holzwände gleich, sagst du. Und jetzt dann quasi auch Türrahmen, Fensterrahmen, und, 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 und. Äh. Ich glaube mit T endest du es ab, oder? Ach. Mit T. Ich muss warten. Ich muss warten. Das nützt nichts. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Wände habe ich wenigstens erst mal acht, aber so würde ich glaube ich sagen, wie das reicht. Was würdet ihr sagen, wo machen wir vorne hin? Richtung Strand, oder? Also die Vornerseite. Ich würde Richtung Claims auch. Dass da vorne ist? Also ich würde wirklich vom Claim weg Richtung Strand. Das da vorne ist. Ich muss ja immer ums Haus rennen, um zum Werft zu kommen. Oder man kann ja auf beide Seiten eine Tür machen, ist ja nicht so. Tee, mit Tee kann man ändern. Du machst das schon. Ich mach einfach mal, wie ich denke. Ihr habt dann wieder einen Grund, wo ihr sagen könnt, oh Chris, was hast du denn da wieder gemacht? Richtig. So, hier würde ich erst mal kein Fenster machen auf der Seite. Ja, weil da haben wir ja die ganzen Schränke und so. So, aber ist krass, ey, du brauchst richtig viel. Kannst jetzt erst mal fünf Stunden farmen. Aber noch haben wir ein bisschen Mats, dass ich ein bisschen was noch in der Folge machen kann hier. Schwierig. Schauen wir mal in die Smithy rein. Ja, das Grafen dauert halt auch immer ein bisschen. Mach auf beiden Seiten eine Tür. Ja, gibt es auch ein Tor? Müsst du wahrscheinlich erst lernen noch. Richtig? Oder habe ich das jetzt schon? Moment, Fiber ist wieder da. Habe ich das jetzt schon? Nee, hier ist doch ein Tor, oder? Ah, hier, Woodgate. Woodgate gibt's schon. Also, Gateway. Die Frage ist, das müssten wir eigentlich auch irgendwo hinbauen, oder nicht? Das würde ich fast zur Stirnseite machen, oder? Ein Gate würdest du einbauen. Naja. Nicht? Ich brauch's nicht, aber mach mal. Ich dachte, dass wir auch große Sachen dann irgendwie in die Base kriegen, oder so. Ey, da klaut ihr mir Setsch. Jo, geh mal zur Werkbank, da liegt nämlich viel mehr drin. Kein, kein Gate? Mach. Ich werd wieder sterben. Ach komm, hier ein großes. Das machen wir zur Seite. Und dann brauch ich aber Large Gateway noch die Tür dazu. So, und der Rest, gerne Wände. Wo waren jetzt die Wände? So ein Schild. Da, aber das Setsch. Da. Ach, das sind Karawandinger, gibt's auch noch. Okay. Okay, wartet mal, dass ich mich jetzt mal sehen. Das ist wahrscheinlich eher Scraften. Place. Alter, das ist ja riesig. Digga, das ist... Hä, das ist breiter als unsere Base, oder was? Na, da kommt Freude auf. Also Base anfassen. Na, ist klar. Na, ich find das ja auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Jetzt hab ich's zwar gecraftet, aber scheiß drauf, dass... Ne. Wenn dem Mann normal ist. Dann setz das nächste und zerleg das Ding wenigstens. Wollen wir das nicht aufheben irgendwie? Vielleicht für den Hafen oder so dann? Weiß nicht. Ich glaub nicht, dass wir so ein Riesending irgendwo hinstellen. Schnell mal auffüllen, hier. Das ist halt echt riesig. Was auch, ich zeig euch das... Ich zeig euch das einfach mal. Ja, das ist, glaub ich, noch größer. Guck mal, ich stell das jetzt hier einfach mal an die Stirnseite der Base. Pass auf. Geht aber noch größer. Geht noch größer. Ja, aber guck mal, da sparst du dir voll die Wände. Kannst ja quasi Bunker bauen, dass du mit dem Schiff reinfahren kannst, was? Ja. Alter, ist das aber... Wenn du da noch so einen kleinen Zwerg hast, dann ist das schon riesig. Sesam, öffne dich. Ah, da geht's auch noch nach innen auf. Ist das hier auch wie bei Ark? Je nachdem, welche Seite man macht. Tatsächlich. Alter. Jetzt hast du dem Pferd die Tür vom Kupfer rein. Halt, das ist eine Kuh. Es ist das gleiche. Dann krieg ich wenigstens Ressourcen wieder, hast du recht. So. Und wer räumt die Trümmer weg? Man, in der Sand hier steht ja auch drauf. Na, Kuhfleisch. What is it? Pferd, oder? Small Woodgate. Gibt's auch normales? Gibt's nur Large und Small? Gibt's nicht nur Mittel? Geht. Nee, es gibt nur die normalen. Okay. Hören wir das mal. Lolo. Und dann noch ne Tür dazu. Ey. Tür dazu. Was war das da? Fiber. Small. Ja. What the fuck? Ich bin ne Stunde weg und Chris baut sich ne Festung. Nee. Zack, 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 zack. Dann haben diese Gammelfleisch-Dinger immer. So, Plays. Mal gespannt, wie groß die sind. Ja, okay, die sind schon besser. Ich würde sagen, die machen wir hier hin. Mit dem Typ hier ist schon wieder kalt. Frage ist, wo ich das hinsetze. Das wäre vielleicht sinnvoller, da erst Wände zu setzen. Richtig? Richtig. Richtig. Ja, frägt doch immer was, obwohl die eigentlich zwei Kilometer wegfarben sind. Es gibt ja auch einen Snap-Point tatsächlich. Warte mal, mit Q kann ich das noch ändern? Soll ich die snappen, tut das da nicht? Mann, du blöder Gockel, hau ab jetzt. Doch jetzt snappts. Und bei Q? So. Okay, und jetzt noch die Tür. So, nichts. Na, das sieht doch schon humaner aus. Das heißt aber, so hoch muss jetzt das Haus wenigstens werden. Da können wir jetzt eine zweite Etage machen. Verlegt gerade. Da machen wir die hin. Das war's schon. Die Teile sind immer so schnell alle. Wie ist das eigentlich mit Klamotten? Wann können wir uns bessere Klamotten machen? Muss man das auch lernen? Natürlich ja, aber... Jo. Leder. Wo ist das? Wo ist das? Bei Construction, oder was? Skills, ähm... Dann Survival. Auch bei Survival? Nee, Construction ist es drin. Dann hast du hier... Dann musst du weiter runter. Das ist immer so grau hinterlegt, der Scheiß. Weil ich meine, Loom brauchst du auch dafür, ne? Na, Loom habe ich... Ja, wo habe ich das schon gelernt? Doch, Loom habe ich ja gelernt, weil ich brauchte... Achso, du meinst jetzt die Station oder das Lernen halt? Die Station, Loom. Genau, die Loom brauchst du dafür. Die kannst du eh schon mal bauen, wenn du willst. Loom. Da brauche ich Kreatin für. Haben wir das überhaupt? Schildkultenplatschen. Nicht in der Menge. Was, wie viel brauche ich da? 65. Also, aus Schildkulten kriege ich das? Jo. Okay. Oh, ich habe ein Level. Was soll ich denn weiter lernen? Was wäre denn sinnvoll? Also, ich gehe gerade Richtung... Schoner und dann Kanonen. Brauchen wir Schimmelkills? Ach, jetzt machst du das gleiche wie ich. Ja, das ist natürlich ein Krippkult. Ich kriege es Geld an. Warte, ich wollte doch hier Tier 2 zähmen. Okay, das könnte ich jetzt lernen. Mach ich auch. So, ich habe jetzt sogar Tier 2 Taming gelernt. Das heißt, was ist ein Tier 2? Ich muss mir da gleich mal eine Übersicht angucken. Das könnte doch schon so ein Büffel sein, oder? Weil dann hätten wir schon mal was, was uns Holz farmt. Ja, es gibt verschiedene Tiere, die du halt mit verschiedenen Skills des Reitens erst reiten kannst. Aber ich finde ja gar keinen Riding Tier 2. Ich kann es dir nicht anzeigen lassen, weil ich habe ein Schlossdorf. Das wäre ein Problem. Nö. Ich gebe... Doch, doch. Auf der ganz linken Seite, wenn es runter geht. Was? Hätte ich schon gemeint. Ne, nur Tier 3. Ich finde Tier 2 nicht. Hä? Musst du dazwischen sein. Sneaking? Taming? Bla? Ach hier, Riding, klar, hab ich doch schon. Das brauchst du zuvor, ja, okay. Und dann war doch noch irgendwas mit Sattel. Hm. Ach da, kriegt man den Generating-Sattel. Tier 2-Sattel. Ach du Scheiße. Ja, da kommt ja noch was auf uns zu, ey. Geil, aber endlich mal ein bisschen mehr sehen. Das ist ja auch das ganze Thema, warum du auch unbedingt mehr Leute im Tribe brauchst. Du kriegst zu zweit oder zu dritt nicht alles durch. Das stimmt. Langsam könntest du mal aufhören mit Regnen. So Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Wartet, ich winke nochmal, jetzt hab ich noch nicht einmal gewunken hier. Wartet, das sieht immer so geil aus. Haha, tschüss. Hahaha. Hahaha. Vielen Dank.